Willkommen bei Quick Access. Ich bin dein digitaler Helfer und unterstütze dich bei allen Anwendungen und Prozessen. Klick einfach auf die Orange, hier unten in der Taskleiste. Ich liefere dir nützliche Informationen und Anleitungen zu deinen aktuellen Aufgaben. Mit konkreten Hilfen für deine Software und deine Prozesse. Wenn der Sync on ist, auch dann, wenn du dich anderen Aufgaben widmest. Manuell suchen kannst du natürlich auch. Ich habe noch keine Hilfe zu deinem Problem? Dann kann ich mit einem Klick auch in anderen Quellen für dich suchen. Denn ich bin dein zentraler Einstieg zu allen verknüpften Wissensquellen. Du hast Ideen, Ergänzungen oder Verbesserungsvorschläge? Sag einfach Bescheid, teile dein Wissen und unterstütze deine Kollegen. Hilfreiche Inhalte gibst du ganz einfach per Link weiter. Oder du bekommst selbst welche vom Helpdesk oder deinen Kollegen. Durch meine Notifications bekommst du sofort mit, wenn es Neuerungen deiner Software oder Änderungen in deinen Prozessen gibt. Außerdem weise ich dich auf Regeln hin, die du beachten musst. Los geht's! Klick die Orange und schon bist du on!